Erster Starship-Flug ohne Crew zum Mond soll nach Landung auch wieder starten. NASA sieht SpaceX bei Wiederbetankungstests von Starship auf Kurs für 2025. Artemis Orion Hitzeschild-Probleme laut NASA-Generalinspektor erheblich. High Impulse startet erfolgreich Suborbital-Rakete SR-75. Rocket Factory Augsburg stellt seinen Erststufen-Booster für Hotfire-Kampagne zum ersten Mal auf den Starttisch. Und China startet Chang'e 6 für die erste Probenrückführung von der erdabgewandten Seite des Mondes. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich Willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Nach vier Jahren Verzögerung steht nun endlich der erste Start des Boeing Starliners mit Menschen an. NASA-Astronauten Budge Wilmer und Sunita Williams stehen kurz davor, an dem ersten astronautischen Start des neuen Raumfahrzeugs teilzunehmen, vorausgesetzt der Zeitplan hält. Aktuell sieht es aber sehr danach aus. Das Wettervorhersage ist 90% Go für den Start des Boeing Starliners am frühen Dienstagmorgen 4.34 Uhr unserer Zeit MESZ am 7. Mai. Auch auf der ISS wurde alles für den Start des Starliners bereit gemacht. Wie letzte Woche bereits berichtet, musste für den Starliner die Cargo Dragon CRS-30, also CRS-30, von der ISS abdocken und die aktuelle Crew Dragon Crew 8 umgepackt werden. Beides geschah erfolgreich in der letzten Woche. Letzten Sonntag konnte mit nur einem Tag Verzögerung Cargo Dragon CRS-30 von der ISS abdocken und erfolgreich dann vor der Küste Floridas landen. Am Donnerstag konnte dann die gesamte Crew 8-Besatzung in ihre Dragon hineinkrabbeln und in einem ca. 45-minütigen Manöver ihren Dragon vom vorderen Dockingport auf den oberen Dockingport von Note 2 umparken. Ganze Crew? Klar. Falls das Docking misslingt, will man ja niemanden ohne Rückflugmöglichkeiten auf der ISS zurücklassen, also eine Vorsichtsmaßnahme. Da der Starliner während des Annäherungsmanövers und dem anschließenden Docking mit der ISS diverse manuelle Testmanöver fliegen wird, es ist ja eine Testmission, braucht es für diese Starliner Mission unbedingt den vorderen Dockingport der ISS. Bei späteren Missionen könnte der Starliner dann auch wie die Dragon am oberen Dockingport genutzt werden. Zurück zu Starliner. Butch und Sunny, beide erfahrene Testpiloten der US Navy, werden ihre umfangreiche Erfahrung nutzen, um das Raumfahrzeug während seines ersten Starts mit Astronauten auf Herz und Nieren zu testen. Dieser historische Flug wird die Crew auf einer United Launch Alliance Atlas V Rakete in den Weltraum bringen. Übrigens wird dies das erste Mal seit 1963 sein, dass Astronauten auf einer Atlas Rakete ins All geschossen werden. Zu Zeiten des Mercury-Programms wurde eine Vorgängerversion der heutigen Atlas V Rakete benutzt, um John Glenn und nach ihm noch drei weitere Astronauten in den Erdorbit zu schießen. Die Art von Rakete habe ich auch im Kennedy Space Center sehen können. Damals übrigens die Atlas aus Edelstahl, was ja heute wieder sehr in Mode ist. Apropos historisch, wenn die Landung mit Crew gelingt, wird es übrigens die erste US-amerikanische Landung einer Kapsel an Land sein. Bisher alle amerikanischen Kapsel sonst eine Wasserung. Diese Mission stellt nicht nur einen kritischen Test für Boeing Starliner dar, sondern auch einen bedeutenden Meilenstein für die kommerzielle Crew-Initiative der NASA, die ja darauf abzielt, die Abhängigkeit von russischen Soyuz-Raumschiffen weiter zu verringern. Abhängig vom Erfolg dieser Mission wird der nächste Flug Starliner 1 eine sechsmonatige operative Mission im Jahr 2025 sein und bis auf das Transportmittel identisch mit den NASA-Crew-Flügen mit SpaceX sein. Boeing und SpaceX erhielten beide 2014 Verträge von der NASA, um Astronauten zur ISS und zurück zu befördern, wobei SpaceX einen Vertrag über 2,6 Milliarden Dollar und Boeing einen über 4,2 Milliarden Dollar erhielt. Naja, und während es bei Boeing diverse Verzögerungen gab, hat SpaceX seit 2020 bereits elf operationelle Crew-Missionen zur ISS durchgeführt. Wobei auch bei SpaceX gab es ein paar Probleme und es war ein paar Jahre später als geplant. Weitere Verzögerungen traten kürzlich wegen Problemen mit dem Fallschirmsystem des Starliners auf und der Tatsache, dass ein Großteil seiner Verkabelung mit entflammbarem Tape umwickelt war. Was aber nicht Boeings Schuld war, das Material, das war von der NASA freigegeben und erst nachträglich stellte sich ein erhöhtes Brandrisiko heraus. Ich freue mich riesig auf den Start. Da wir aktuell umziehen und an dem Tag Kinderbetreuung noch nicht geklärt ist, kann ich leider noch nicht versprechen, dass ich den Start live streame. Es wäre auch sehr, sehr früh am Dienstagmorgen. Ich hatte es letzte Woche schon in den News. Die NASA ist zufrieden mit den Fortschritten bei der Entwicklung der On-Orbit-Betankung des Starships. Starship als vollständig wiederverwendbare Trägerrakete ist auf Nutzlasten in den niedrigen Erdorbit optimiert. Bei Direktstarts in höher energetische Flugbahnen oder gar Fluchtbahnen von der Erde weg, da schrumpft die Nutzlast ganz schnell zusammen. Daher gehörte schon in den frühen Entwicklungsplänen für eine Ultraschwerlastrakete von SpaceX die Wiederbetankung im Orbit immer mit dazu. Oder wie Ex-SpaceXer Hans Königsmann in meinem Interview sagte, man bekommt mit der Wiederbetankung im Prinzip im Orbit eine dritte Stufe, nur dass diese so groß und leistungsfähig ist wie eine vollbetankte zweite Stufe. Und das wäre eben das Revolutionäre. Dazu muss das Wiederbetanken im Orbit aber klappen und das wurde noch nie in einem solchen Maßstab demonstriert. Beziehungsweise der jetzt offenbar erfolgreiche Test auf dem dritten vollintegrierten Starship-Flug war der größte kryogene Treibstofftransfer in Schwerelosigkeit, der je durchgeführt wurde. Ja, weiter bestätigt die NASA, dass SpaceX auf dem besten Weg ist, nächstes Jahr das Betanken von einem Starship zu demonstrieren. Und das im Weltraum. Die Technologie der Treibstoffübertragung, die ist ja wesentlich für SpaceX-Pläne für Starship-Missionen jenseits der niedrigen Erdumlaufbahn. Für die NASA wiederum eine entscheidende Technologie für die Rückkehr des Menschen auf die Mondoberfläche im Artemis-Programm. Das Starship Human Landing System, kurz HLS, das ab der Artemis-3-Mission Astronauten auf den Mond bringen soll, ist ohne die Wiederbetankung so nicht zu realisieren. Vor der ersten Starship-Landung mit Crew auf dem Mond hat sich SpaceX im Human Landing Systems Vertrag der NASA zu Test von Schiff zu Schiff Treibstoffübertragung verpflichtet und eine robotische Landung eines vollmaßstätigen Starship HLS auf der Mondoberfläche. Hier gab es auch eine Neuerung. Nun wurde zusätzlich vereinbart, dass nach einer ersten robotischen Landung auch ein Wiederaufstieg in den Mondorbit demonstriert werden soll. Klingt für mich logisch, warum bei so einer Mission nicht noch mehr missionskritische Meilensteine testen. Das ist übrigens einer meiner ganz großen Apollo-Programm Was-wäre-wenn-Gedanken. Ja, was wäre, wenn das einzelne, nicht-redondante Triebwerk der Mondlandefähre, der Aufstiegsstufe, das hätte versagt? Klar, gibt es eine Million Punkte, wo das Apollo-Programm begeistert hat und wo vielleicht hätte was schief gehen können und man sich denken könnte, ja, was wäre, wenn für mich aber der Gedanke, eine erfolgreiche Landung und dann aber bewusst dort bleiben zu müssen und der Command-Module-Pilot dann alleine zurück. Ziemlich verrückte Vorstellung, oder? Was meint ihr denn? Nicht allein zurück, sondern mit euch zurück zum Starship oder zu der Starship-Wiederbetankung. Das Konzept, das gilt als sehr komplex beziehungsweise das wird von SpaceX-Konkurrenten immer als komplex und riskant dargestellt, da mehrere Starship-Starts Treibstoff in ein Depot in der niedrigen Erdumlaufbahn übertragen, der dann wiederum verwendet wird, um das HLS-Starship zum Mond zu schicken. Die Schätzungen gehen von 10 bis 20 Starship-Starts für einen einzelnen Flug zum Mond aus. Elon Musk sagt dazu wiederholt, dass SpaceX regelmäßig mit Dragons an der ISS dockt, was laut ihm deutlich komplexer wäre als das Docken von zwei Starships. Trotzdem natürlich brisant, sollte das im Orbit-Wiederbetanken des Starships auf absehbare Zeit technisch nicht machbar sein, wäre das mit Starship-HLS und Atem des Astronauten auf dem Mond vorbei, zumindest solange bis Blue Origin es kann. Im letzten Jahr hat die NASA auch Blue Origin einen Vertrag zur Entwicklung eines eigenen Crew-Mond-Länders, dem Blue Moon, erteilt, was der NASA schließlich zwei Optionen für nachfolgende Missionen bietet, was auch bei zukünftigen Problemen mit einem der Systeme dann nicht die großen Artemis-Programmpläne gefährden würde. Den nächsten Starship-Start erwartet die NASA übrigens aktuell für Ende des Monats. Während die Flughardware einen schon sehr guten Eindruck macht, wird immer noch an der Startinfrastruktur gearbeitet, dem sogenannten Ground Support Equipment oder Stage Zero, wie Elon Musk sagt. Neben der Beseitigung von Schäden oder Problemen während des letzten Starts liegt aktuell wohl der Fokus auf der Optimierung. So wurden die Hydraulikzylinder für die Chopsticks, also die Fang- und Integrationsarme, gewechselt. Und wie man auf den Aufnahmen von NASA Spacelight oder Whataboutit sehen kann, bewegen sich die Chopsticks jetzt offenbar deutlich schneller als mit den alten Zylindern. Hier dürfte der Grund wohl bei dem geplanten Boosterfang liegen. Ja, apropos Booster, Booster 13 wurde erneut Cryo getestet. Hier geht es dann bereits um Hardware für den fünften, also für den übernächsten Flug, also die laut SpaceX früheste mögliche Mission für das Boosterfang in der Starbase. Ebenso mitten in der Testkampagne Ship 30, das aktuell auf dem Suborbital-Patch steht und dort vermutlich auf Test seiner sechs Raptor-Triebwerke wartet. Apropos Warten, falls ihr noch auf euren Flug in den Orbit wartet, Auf der SpaceX-Webseite kann man aktuell von freien Plätzen auf einer Dragon-Mission lesen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dann schon einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag mitbringen müsstest. Aber Spaß beiseite, ich finde es insofern interessant, weil bisher die Dragon-Flüge ja entweder für die NASA oder für Exum durchgeführt wurden. Es geht also eher um Flüge wie Inspiration4 oder Polaris Dawn. Das könnte auch interessant werden, wenn die ersten kommerziellen Stationen dann an den Start gehen. Was zum Beispiel spricht ja immer noch von einem Start seiner Haven-Station im Jahr 2025. Die Theorie von meinem Kumpel Ian übrigens, sollte der Starliner-Testflug erfolgreich werden, fällt ab 2025 ein Dragon-Flug, bezahlt von der NASA zu ISS ja weg. SpaceX ist natürlich daran interessiert, diese freigewordenen Kapazitäten anderweitig zu verkaufen. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Generalinspektors der NASA hat neue Details über Probleme mit dem Hitzeschild des Orion-Raumschiffs und anderer Schwierigkeiten offenbart, die den ersten Crewstart im Artemis-Programm verzögern. Der Bericht vom 1. Mai untersuchte die Probleme, die während der noch ohne Astronauten durchgeführten Artemis-1-Mission Ende 2022 aufgetreten sind. Besonders gravierend waren die Probleme mit dem Hitzeschild des Orion. Monate nach dem Flug gab die NASA bekannt, dass mehr Material des ablativen Hitzeschilds beim Wiedereintritt verloren gegangen war als erwartet. Betonte damals jedoch, dass dies kein Sicherheitsrisiko für eine Crew dargestellt hätte. Laut dem Bericht des Inspekteurs entdeckte die NASA über 100 Stellen am Hitzeschild, an denen das Material unerwartet abgeplatzt war. Das Material, bekannt als F-COT, verhielt sich anders als von den Ingenieuren vorher vorhergesagt. Es knackte und brach in Fragmenten ab, statt wie geplant kontrolliert abzubrennen. Und das stellt natürlich ein erhebliches Risiko dar. Die Kapsel wird ja durch den Hitzeschild geschützt beim Wiedereintritt, gerade bei so hohen Geschwindigkeiten wie bei Rückkehr vom Mond. Die NASA hat noch keine Ursache für das Verhalten des Hitzeschildmaterials gefunden. In einer Antwort, die dem Bericht beilag, erklärte Kathy Körner, NASA-Vize-Administratorin für Exploration, das Bodentest den Materialverlust erfolgreich nachgestellt haben. Aber die exakte Materialreaktion oder die Flugumgebung, die während des Artemis-1-Flugs vorhanden war, die konnte nicht reproduziert werden. Weitere Probleme, die im Bericht erwähnt wurden, umfassen Schmelzen und Erosion an drei von vier Trennbolzen am Boden des Hitzeschilds, die dazu dienen, das European Service Module vor dem Wiedereintritt zu trennen. Dies wurde auf Abweichung im thermischen Berechnungsmodell zurückgeführt. Die NASA plant, das Design der Trennbolzen bei späteren Orion-Raumschiffen zu überarbeiten, wird jedoch für Artemis II zusätzliches thermisches Schutzmaterial in die Bolzenlücken einbauen. Der Bericht fügte hinzu, dass die Arbeiten an Artemis II erst abgeschlossen werden können, wenn die NASA ihre Untersuchungen zum Hitzeschild insgesamt abgeschlossen hat. Obwohl Fortschritte erzielt wurden, erklärt der Bericht, dass die Verifizierung und Validierung der Tests für einige dieser Upgrades und Modifikationen länger dauern als erwartet. Nach Empfehlung des OIG, also des Generalinspektors, sollte die Agentur die Hardware der Artemis II Mission sorgfältiger überwachen, während sie entwickelt und getestet wird, um das Risiko für die Besatzung der Mission zu minimieren. Artemis II ist nun für September 2025 geplant. Eigentlich war ja mal von November 2024 die Rede. Klar, die Sicherheit der Crew, die steht über allem, bevor es dann zum ersten Mal wieder zum Mond geht seit Apollo 17. Ob bei all diesen Problemen der aktuelle Starttermin einverhalten ist, das bleibt abzuwarten. Chinas Shenyu-17-Besatzung kehrte am Dienstag nach sechs Monaten an Bord der Raumstation Tiangong zur Erde zurück. Die Astronauten Qiang Hongbo, Qiang Cheng Yi und Liang Xilin, bitte entschuldigt meine Aussprache, waren seit Oktober auf der Raumstation Tiangong im Einsatz. Und ja, spannend, immer wieder die Landungen auf dem Land. Wenn man dann genau hinsieht, dann kann man die Bremsraketen kurz vor dem Aufschlagen sehen, die dann nochmal extra abbremsen. Ein System, das ähnlich auch bei Soyuz und New Shepard eingesetzt wird. Die Rocket Factory Augsburg hat die erste Stufe eher RFR-1 sicher nach Saxoford auf den Shetland-Inseln gebracht. Nicht nur das, die erste Stufe befindet sich mit fünf der neuen Triebwerke nun auf der Startrampe und wird für die erste Hotfire-Kampagne vorbereitet. Bisher ist das Helix-Triebwerk, das erste gestufte europäische Raketentriebwerk, ja nur einzeln getestet worden. Laut RFR lassen sich die fehlenden vier Triebwerke einfach noch auf der Startrampe montieren. Ja, Glückwunsch zu diesem Meilenstein an die RFR. Die RFR war ja 2021 tatsächlich der erste Außeneinsatz von mir und da hatte Senkrechtstarter nur ein paar tausend Abonnenten. Ja, es spricht viel die RFR, dass die mich damals schon auf dem Zettel hatten und eingeladen haben. Ja, wenn ich ehrlich bin, war der Besuch damals und die Energie, die mir dort entgegengeschlagen ist und der Mut zum Risiko von jungen Leuten dann Hauptgrund, warum ich mich mit Senkrechtstarter selbstständig gemacht habe. Kurz nach der RFR übrigens ein weiterer Besuch in einem deutschen Raketen-Startup bei High Impulse. High Impulse ist nun eine bahnbrechende Neuerung im Bereich der Raketenantriebe gelungen. Die suborbitale Testrakete SR-75 ist laut eigenen Angaben erfolgreich gestartet. Die Rakete, die ist mit einem Hybridantrieb auf Paraffinbasis ausgestattet. Die erfolgreiche Testzündung der 12 Meter langen und zweieinhalb Tonnen schweren, einstufigen Rakete SR-75, die fand am 3. Mai 2024 auf dem australischen Testgelände in Kuniba statt. Die suborbitalrakete soll in der Lage sein, bis zu 250 Kilogramm Nutzlast in eine Höhe von 250 Kilometern zu befördern. So hoch ging es diesmal jetzt nicht. Für diesen Test gab es nämlich eine Sicherheitsauflage von 60 Kilometern. Das dürfte auch kein Problem gewesen sein. Denn im Gegensatz zu Feststoffraketen kann man der Hybridrakete ja einfach den Sauerstoff abdrehen. Ich freue mich riesig für die Jungs und Mädels aus Neuenstadt am Kochem. Grüße gehen raus und ich hoffe, ihr ladet mich nun bald mal wieder ein und erzählt von der nächsten Rakete, nämlich der Orbitalrakete auf Basis der SR-75. Die soll ja 2025 schon starten. Ja, und falls du zum ersten Mal von Hybridraketen und Paraffin als Treibstoff hörst, Paraffin als kostengünstige und sichere Treibstoffalternative zu nutzen, das stellt auch tatsächlich einen signifikanten Fortschritt dar. Erstens, weil die Bauweise der Trägerrakete grundsätzlich simpel ist und sich gut automatisieren lässt. High Impulse spricht hier von einer Kostenreduzierung von 40% der Herstellungskosten im Vergleich zu anderen Systemen. Aber auch der Transport und die Integration der Rakete, die ist viel einfacher als bei Feststoffraketen, wo man ja immer Gefahr läuft, dass man die Menschen bei der Fertigung, dem Transport oder der Integration in die Luft sprengt, weil sie eben neben potenziell explosiven Boostern arbeiten muss. Übrigens ein Hauptgrund, warum nie das gesamte Integrationsteam an einer Feststoffrakete arbeiten darf. Schlimmstenfalls heißt es dann nämlich sonst Rakete weg, Menschen weg und Know-how weg. Ja, alles Stress, den man sich mit Paraffin so nicht macht. Da Paraffin auch der Hauptbestandteil von handelsüblichen Kerzen ist, sage ich auch gern Wachsrakete, wobei das eine Untertreibung ist. Es ist extrem komplex, Paraffin stabil in einer Brennkammer zur Schuberzeugung zu verbrennen. An Hybridtriebwerken, da hatte sich übrigens auch schon mal die NASA die Zähne ausgebissen, wobei es damals eher um Feststofftriebwerke mit flüssigem Oxidator ging, die massive Probleme bei dem Abbrandverhalten hatten. Der Hauptgrund, warum High Impulse jetzt etwas gelungen ist, wovon die NASA schon Abstand genommen hatte, verflüssigende Treibstoffe bzw. verflüssigendes Paraffin. Neben ganz viel firmeneigenem Know-how bildet das Paraffin kleine flüssige Treibstofftropfen in der Brennkammer, die sich dann gut mit dem Sauerstoff mischen und zu einem zündfähigen Gemisch werden. Der Clou, wie der Name High Impulse schon eigentlich vorwegnimmt, ist ein Triebwerk von der Komplexität eines Feststofftriebwerks, das bei gleichen Leistungsdaten deutlich effizienter mit seinem Treibstoff umgeht. Das heißt dann direkt mehr Nutzt hast oder wenn wir uns über Dual Use unterhalten, stell dir vor, du kannst in dein Waffensystem einfach eine gleich große Rakete legen, die aber doppelt so weit fliegt. Satte 50% soll das Starten von Hybridraketen im Vergleich zu herkömmlichen, auf Kerosin basierenden Raketen einsparen. Ob das auch im Endeffekt erreicht wird, das muss High Impulse auch nun erst einmal demonstrieren, aber dass ein Paraffin-Hybrid-Triebwerk grundsätzlich als Raketenantrieb funktioniert, das wurde nun bewiesen und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das den Hybrid-Triebwerken nun zum Durchbruch verhilft. Ihr merkt schon, ich bin ein Fan. Wenn euch die Technik mehr interessiert, mein Technik-Video, meine Technik-Episode und der Besuch bei High Impulse, die verlinke ich euch unter dem Video. Ja, aller guten Dinge sind drei. Auch bei Isar Aerospace war ich und wie diese Woche bekannt wurde, wird Isar einen neuen Hauptstandort bekommen. Als ich dort war, hat mich die Fertigung sehr beeindruckt, aber man hatte schon das Gefühl, Platz war eine sehr kostbare Ressource. Isar Aerospace wird seinen neuen Firmensitz in Vaterstätten bei München errichten. Isar Aerospace will eine der modernsten Produktionsstätten für Orbital-Raketen überhaupt aufbauen. Diese neue Anlage, die wird nicht nur die Produktion und Entwicklung beherbergen, sondern auch die Unternehmenszentrale. Die Baugenehmigung, die gibt es noch nicht, doch die Bauarbeiten, die sollen schon in diesem Jahr beginnen. Laut Mitgründer und CEO Daniel Metzler ermöglicht der neue Standort, die Produktionskapazitäten zu skalieren und die Kosten zu senken, um der steigenden internationalen Nachfrage nach Satellitenstaats gerecht zu werden. Die hochautomatisierte Produktion, die soll flexibel und kosteneffizient Zugang zum Weltraum für private und institutionelle Kunden bieten. Ja und der günstige Zugang zum All, das ist für Europa ein Riesenproblem. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das ehemals große Aushängeschild der europäischen Raumfahrt, das Ariane-Programm, das ist nicht wettbewerbsfähig. Und das bedeutet aber auch, dass Europa mit einem eher bescheidenen Raumfahrtbudget viel mehr Geld für Starts ausgeben muss, als der Rest der Welt. Bei dem nächsten Raumfahrt-Großprojekt der EU, die Internetkonstellation Iris Quadrat, ist die Sache noch viel schlimmer, weil SpaceX ja hier sogar nur seine eigenen internen Startkosten ansetzen muss. Also heute schon mit Falcon 9 fürs gleiche Geld ein Vielfaches an Leistung starten kann, als jetzt in Europa. Dass man kritische Infrastruktur in eigener Hand haben will, das ist natürlich ein großes Argument für so eine Konstellation. Die Möglichkeit für die Industrie, mit der Konstellation abseits von staatlichen Kunden Geld zu verdienen, dürfte bei der Dominanz von SpaceX Starlink sehr überschaubar sein. Und dementsprechend hält man sich da auch zurück. Und da sprechen wir noch nicht über die nächste Generation von Starlink-Satelliten oder Starship. Dementsprechend kann ich den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auch verstehen, wenn er in einem Brief an Europas Kommissar für den Binnenmarkt Thierry Breton eine Überarbeitung der Planung für Iris Quadrat fordert, um über alte Entscheidungen zu vermeiden. Habeck betonte dabei, die Notwendigkeit eines souveränen Kommunikationsnetwerks verwies jedoch auf die Herausforderung einschließlich des Fehlens einer wiederverwendbaren Rakete wie SpaceX Falcon 9 und der Kapazität ja rasch hunderte komplexe Satelliten zu bauen. Die ursprünglich veranschlagten Kosten für Iris Quadrat haben sich mit 12 Milliarden Euro mittlerweile verdoppelt. Und wie bei den Galileo-Satelliten muss eine einmal geschaffene Infrastruktur ja dann am Laufen gehalten werden und im besten Fall ja auch weiterentwickelt werden. Ja und das bringt uns zu den Starts der vergangenen Woche. Am Sonntag 28. April ist am Kennedy Space Center eine Falcon 9 mit zwei Galileo-Satelliten gestartet. Am Montag 29. April von Cape Canaveral eine Ladung Starlink-Satelliten. Am Donnerstag 2. Mai von Vandenberg die Erdbeobachtung-Satelliten Wallsview, Legion 1 und 2 für Maxar. Am Freitag 3. Mai von Cape Canaveral eine weitere Ladung Starlinks. Auch am Freitag den 3. Mai wie gesagt von Coniba-Testgelände in Südaustralien der SR-75 Testflug. Und dann am Freitag 3. Mai vom Weltraumbahnhof in Wingchang eine langer Marsch 5 mit der Mondmission Changi 6. Changi 6 soll als erste Mission überhaupt Proben von der erdabgewandten Seite des Mondes sammeln und zur Erde zurückbringen. Die Mission umfasst vier Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von über 8 Tonnen, darunter ein Service-Modul für den Antrieb, ein Länder, der die Proben dann auch sammelt und darauf dann die Aufstiegsstufe, die die Proben in die Mondumlaufbahn bringt, wo sie dann an das Service-Modul andockt. Anschließend kehrt das Service-Modul mit bis zu 2 Kilogramm Probenmaterial zur Erde zurück. Eine Rückkehrkapsel soll dann die Proben sicher durch die Erdatmosphäre bringen. Und theoretisch gibt es noch ein fünftes Teil, das ist nämlich ein Satellit, der die Kommunikation mit der erdabgewandten Seite des Mondes ermöglicht. Hier gibt es normalerweise einen Werbeblock, heute aber mal Einblicke in das Geschäftsmodell von Senkrechtstarter. Und das wird den einen oder anderen vielleicht schocken. Ich versuche tatsächlich aktuell in jede News Werbung zu platzieren. Und da ist in letzter Zeit öfter negative Kommentare zum Thema Werbung auf Senkrechtstarter gab, hier vielleicht eine Erklärung, warum es dann auf Senkrechtstarter überhaupt Werbung gibt. Zuerst, es wäre super cool, wenn auf meinem Grafstein einmal steht, hat den deutschen Sprachraum für Raumfahrt begeistert. Das ist ein Herzensanliegen von mir. Ich habe mich mit dem Kanal selbstständig gemacht, weil mir das Thema Raumfahrtbegeisterung so unfassbar wichtig ist. Aber natürlich auch mit dem Wunsch von meiner Leidenschaft leben zu können und meine Familie damit zu ernähren. Die Sponsorings, die helfen mir dabei. Als ich mich mit Senkrechtstarter selbstständig gemacht habe, da waren die Brutto-Kanaleinnahmen im Monat dreistellig. Ich habe ein Jahr eigentlich von meinen Ersparnissen nur gelebt, um Senkrechtstarter groß zu machen. Gerade in der Anfangszeit habe ich mich oft gefragt, ob ich als werdender Papa damals meinen hervorragend bezahlten Job als Entwicklungsingenieur wirklich hätte kündigen sollen. Mit 35 Stunden Woche Tarifvertrag, Boni und betrieblicher Altersversorge. Mittlerweile kann ich von meinen Weltraumbegeisterungen leben, auch wenn ich dafür viel härter arbeiten und länger arbeiten muss als vorher. Und viel mehr Risiko selber tragen muss. Ich habe vor, aus Weltraumbegeisterung ein Geschäftsmodell zu machen. Denn wenn es lukrativ wird, in Deutschland, im deutschen Sprachraum, über Raumfahrt zu berichten und zu begeistern, dann werden andere nachkommen und der Schneeball ist gestartet für die Raumfahrtbegeisterung. Es mangelt in Deutschland nicht an Geld oder schlauen Menschen, es mangelt an Begeisterung. Und das ist dann jetzt meine Mission. Ja, und falls du dich trotzdem an Werbung störst, ich produziere seit bald 5 Jahren jede Woche mindestens ein Video. Ich mache regelmäßig Livestreams, besuche Firmen und Institutionen. Das kannst du dir alles komplett kostenlos ansehen. Über 600 frei zugängliche Videos. Und auch meine Sponsorings, die musst du ja gar nicht schauen. Du kannst sie ja einfach überspringen. Und das möchte ich hier auch nochmal sagen. Die YouTube-Vergütung für ein durchschnittliches Senkrechtstarter-Video alleine, die reichen gerade so für die Produktionskosten. Ernährung tun die mich aber nicht. Ich hoffe, das macht es für euch auch verständlicher, warum ich meine Videos sponsern lasse. Ja, war trotz Feiertag eine sehr aufregende Woche, da die Starts der kommenden Woche nur im Schnelldurchgang. Montag, 6. Mai, Falcon 9, Starlink von Cape Canaveral. Die Atlas 5 mit Starliner startet voraussichtlich am Dienstagmorgen, 7. Mai. Eklig früh um 4.34 Uhr MESZ. Und dann langer Marge, 6C auch am Dienstag von Taijuan. Die Nutzer ist mir leider nicht bekannt. Am Mittwoch, 8. Mai, Falcon 9 vom Kennedy Space Center an Bord Starlings. Auch Mittwoch, auch Falcon 9, auch Starlings von Vandenberg diesmal dann. Und dann den Wochenabschluss voraussichtlich langer Marsch 3B von Xi Cheng am Donnerstag, 9. Mai. Die Nutzer ist mir wieder nicht bekannt. Ja, ich hoffe, die News, die haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt, die ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön siegreich bleiben. Dein Mau.